Car Entertainment auf höchstem Niveau. Nach dem großen Erfolg aus dem letzten Jahr präsentiert sich in der Tuning Experience Halle 1A die Creme de la Creme der europäischen Showcar-Szene. Mit dabei die neuesten Trends und atemberaubende Highlights. Und diesmal zusätzlich in der Tuning Experience Halle 1A das ultimative Tuning Live Event Powered by Sonax und Radio Sunshine Live. Bei mir ist Sven Schulz, der Organisator der Tuning Experience auf der Essen Motor Show. Was steht genau hinter Tuning Experience? Also wenn man den Namen Tuning Experience übersetzt, bedeutet es Tuning oder Fahrzeugveredelung erfahren. Und genau das wird hier in Halle 1A gezeigt. Was bietet ihr den Besuchern? Nun ja, die Besucher sehen hier geballt in einer Halle rund 110 der besten Fahrzeuge aus ganz Europa. Um diese Qualität normalerweise live zu erleben, müsste man das ganze Jahr unterwegs auf Events sein. Und auf jedem Event sammeln wir so zwei bis drei Autos ein, die dort für uns die Best-of-Show-Fahrzeuge sind. Und die nehmen wir mit nach Essen, um sie hier dem breiten Publikum zu zeigen. Stehen denn hier ausschließlich private Fahrzeuge? Ja, die Halle 1A widmet sich nur Privatiers. Die besten der Szene lädt man einmal im Jahr hier halt ein und die werden high-end präsentiert auf Teppichboden im schönen Licht. Sattler arbeiten im Innenraum, wohin das Auge auch nur reicht. Und selbst unter der Motorhaube für ein perfektes Showcar eine absolute Pflicht und nicht mehr wegzudenken. Custom Cars, die bis ins letzte Detail veredelt bzw. umgebaut worden sind. Und in diesem Zustand auch nicht mehr gefahren werden. Die sogenannten Trailer Queens bzw. Hängerfahrzeuge. Anni, warum baut man ein Fahrzeug um, das man so nicht mehr fahren kann? Ja, man fängt halt alles klein an, es wird immer mehr. Und irgendwann rendiert es sich halt auch, wenn ich mehr auf die Straße zu fahren. Das ist viel zu schade und dann entscheidet man sich halt für den Hänger. Was wurde alles an dem Fahrzeug umgebaut? Eigentlich alles. Ich habe das komplette Auto auf die Rohkarosse gesetzt, habe komplett sämtliche Rahmenteile neu eingeschweißt, weil alles durchgerüstet war. Und ja, komplett halt. Der komplette Fußboden im Innenraum ist aus GfK. Das heißt, wenn man sich da reinsetzen würde, fahren würde man alles zerkratzen. Das wäre viel zu schade. Ja, man muss halt ein Teppich reinlegen, dass man halt auf den Hänger fahren kann. Aber längere Fahrten sind nicht gut. Was würde denn passieren, wenn du damit fahren würdest? Oh Gott, ziemlich lange Putzzeit in der Garage. Tief? Tiefer? Wer fährt das tiefste Fahrzeug? Ein Trend, der aus der Tuning-Szene nicht mehr wegzudenken ist. Und warum ist es dir so wichtig, tief zu fahren? Ich möchte mich vom Alltag ein bisschen abheben und das Fahrzeug ist einfach durch die Tiefe natürlich deutlich schöner. Die Linie passt besser und es ist mal was anderes. Und was musstest du an der Karosserie verändern? Wir mussten den Grobflügel hinten um 3,5 cm verbreitern, damit die Felgen eben reinrutschen. Ist auch ein normales Fahrwerk, also kein gekürztes Fahrwerk, wie sonst der Trend ist, was bei mir aber auch deutlich ausreicht. Und Neulack ist natürlich dann auch fällig. Naja, ich könnte mir vorstellen, dass man bei so einer Tiefe nicht mehr so ganz so unproblematisch durch den Alltagsverkehr kommt. Also bei mir habe ich den Vorteil, dass es ein Luftfahrwerk ist. Also ich kann die Höhe quasi manuell selber einstellen und für mich dann auch so festlegen, dass ich auch überall reinfahren kann. Und solange man noch problemlos fahren kann und der TÜV sein Okay gibt, kann es nicht tief genug sein. Bei mir ist Thomas Schuster vom KISS und Thomas, Stichwort Extremtieferlegung. Was kannst du den Tunern für Tipps mit auf den Weg geben? Wir werden oft gefragt, ob es eine Mindestbodenfreiheit gibt. Da kann ich gleich sagen, gesetzlich geregelt ist sowas nicht. Es ist einfach so, dass trotz einem extremen Fahrwerk oder einer extremen Tieferlegung es möglich sein muss, mit einem Fahrzeug eine normale Bordsteinkante zu überfahren, ohne dass gleich der Spoiler wegfliegt. Worauf sollte ich denn vorab beim Kauf eines Fahrwerks achten? Dass für das Fahrwerk ein Prüfzeugnis vorhanden ist mit dem entsprechenden Verwendungsbereich des Fahrzeugs, an das ich es anbauen möchte und dann, ob das in Verbindung mit einer anderen Endoaxenabnahme beziehungsweise mit dem Fahrzeug überhaupt funktioniert. Und da am besten einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation fragen, damit man sicher ist, dass nachher auch keine Gefahren entstehen.